Oh, komm, Piraten! Sie sind der schlechteste Piraten! Ey, komm, ihr hättet das nicht so gut in den Betroffenen. Ihr hättet es genauso gemacht. Ey, hätt ich das gesehen, ich wär sofort bei dir. Ihr hättet sofort das auch gemacht. Das noch mit der Boje. Spiel den Song nochmal, dann wollt ihr schön, wir noch ein weiteres Mal. Oh, ich hier! Oh, schön. Ich schieb den Ball. Das hatten sie nicht mehr später. Oh, du kannst auch mal reiten. Oh, guck mal, wieder Piratenschiffe. Wird geballert. Seh ich da... Oh, Suppe, schon wieder Suppe. Und die gleichen drei Rezepte hier. Ja, ihr müsst machen. Aber das schiebt sich doch bestimmt von links nach rechts, ich seh das doch schon. Garantiert. Hier treff ich damit, was du zu tun hast. Ja, ihr habt auch einen Pott. Du kannst doch den Charakter von unten nach oben geben. Von unten nach oben geben. Ja. Ja, was willst du von mir? Willst du was tun oder willst du... Ähm. Ja, genau das meine ich. Spaß. Bin ich immer alleine? Also nicht, dass ich es genießen würde. Nicht genießen würde. Nimm Tomate weg, bitte. Ja. Ich muss ja nachts zerwiebeln. Da, Maemi. Tomate. Müll mal reinlegen. Gib uns da gleich die Zwiebeln hoch, Traffi. Da gleich mal ne Zwiebeln hier, du Nase. Da habt er. Maemi, da oben. Abgeben. Klar nicht, Traffi muss. Nee, kannst du, Trimt. Ja, du hast recht. Ja, soll vorkommen, hab ich gehört. Und danach PLC. Fast. Wir brauchen einen neuen Teller, Traffi. Ah, hab schon. Danke. Bitte? Braucht ihr Pilz, Pilz, Pilz? Habt ihr? Ihr braucht Tomate. Da? Da? Ja, hm. Achso. Pilze. Die Muck ist geil, schon wieder. Ich hör keine Musik. Ich hab ne Nachricht gekriegt. Oh Gott, ich hab' ich Angst. Dass... Magst du noch das Tür schneiden? ...Far Cry 6 in Uno einzieht. Wat? Ist ein Witz, oder? Nee. Far Cry 6? Wie soll dat denn gehen? Ja. Hier, Traffi? Ja. Du musst ja wieder Uno spielen. Was brauchst du noch? Jetzt als nächstes dann wieder Zwiebeln, wa? Aha. Was denn, Taki? Warum... Oh Gott. Warum freust du dich so, uns hier beim Schnippeln von Suppe zuzusehen? Noch eine? Ja, das versteh ich auch nicht. Ähm... Ja, eine brauchen wir. Aber die kann wir... Traffi denn einmal schnippeln? Ja, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wie soll denn Far Cry 6 bei, ähm... Sehr gut. Werkt mir der Tomate? Bei mir? Ich will einfach so ne Tomate verkaufen. Gibst du mir noch nen Teller, Traffi? Oder so. Wollte Tomate kaufen? Aber Traffi, hast du denn... Kannst du jetzt bitte die Anfrage mal beantworten. Wie soll denn dat gehen? Ich weiß nicht. Ich hab doch einfach nur ne E-Mail gekriegt von... Wieso kriegst du e-Mail von Ubisoft? Ja, weil die mir gesagt haben, dass jetzt Far Cry in Ubisoft ist. Nein, in Uno. Da, nimm. Warte, lese ich da im Discord. Die Führung der Feierabendgilde verlässt das sinkende Schiff. Haben wir das schon reingeschrieben? Dann ja. Dann hast du richtig gelesen. Ja, okay. Ganz fix. Sprinter! I tried my best. Aber die verlassen es nicht. Die gehen nur mit ein paar Charakteren... ...auf eine andere Gilde. Sie bleiben weiterhin die Führung der Gilde, nur mit anderen Charakteren. Ich mein, dieses andere Spiel hier, was wir da schon mal hatten, das hat ja keinen Spaß gemacht bei Uno. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Mit den Göttern. Ja. Also es war ja so nicht mehr Uno. Irgendwann ist unbalanced. Weil der eine mit einer vollen Kartenhand gewinnen konnte und der andere nur einen aussetzen lassen durfte. Taki hat gerade geschrieben, in The Call of Yara kann eine einzigartige Erfahrung im Uno-Videospiel durch ein von Yara inspiriertes Spielbrett und Menü sowie exklusive Themenkarten und dem fesselnden Sound der Titelmusik erlebt werden. Nachdem sieben Karten gezogen und 300 Pesos zum Start jedes Spiel erhalten wurden, werden Spielende am Beginn jeder neue Runde 100 Pesos sammeln. Ach du großer Gott. Ach, Spielende. Äh, mehrere Dinge, was? Was ist denn zu los? Ja, mitnehmen. Ne, ich muss schnell, warum mitnehmen? Ja, ich hab ja auch den dritten. Ich weiß aber nicht, wohin damit. Wo ist mal Emi hingegangen damit? Was wollen die von uns zwiebeln? Ich, ich versteh's, ich, 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 ich versteh's gerade nicht. Ich. Ah, wir müssen, oh Gott. Nimm ich mit! Hat er gemacht. Sehr gut, Ma Emi. Ne, 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 Ma Emi. Ist das Trafi? Okay, wir machen hier drüben nur Suppe. Äh. Wollen wir das nochmal anfangen? Ich hab das Gefühl, dass wir ein bisschen... Rangfolge bleibt oder lässt sich was rütteln? Rangfolge ist mal fest. Also, hier machen wir, ähm... Hier lassen wir hier schon mal Fisch und, 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 ähm... Potatoes rüberwerfen. Potato, Potato. Einer bleibt hier und macht denen Spaß. Ich mach. Fisch und Potato und Potato. Und... ...dann fahren wir hier mit Tomaten und, ähm... Basilikum rüber. Und machen... Ah. Kann ich mal hier festhalten. Hände, nützt doch die Hände, die du nicht hast, du Fisch. So, bist du jetzt eigentlich mitgekommen, Ma Emi? So. Ganz viele Zwiebeln. So. Nein. Oh, verdammt. Einen Teller haben wir hier. Okay. Ah, es ist anstrengend. Kommt der Soßenmann wieder rüber zu uns? Das war so stisch. Äh... Ich hab keine Ahnung, was das nächste sein wird. Oh, man kann ja nicht werfen. Ich vergaß. Na. In den... Was ist Lachs mit hier? Pilze. Ich hab nix. Sehr gut. Ich bin auf der falschen Seite. Und wir... Blblbl. Bließe. Treffe, der brennt ganz, ganz viel bei dir. Okay. 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 Mal Emi, wieso nimmst du die nicht? Oh. Okay. 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 Oh, das wird doch schon ein Konzentrationslevel, da ist das ja. Genau unseres. Oh, sorry, ich bin da bisschen durch gerade hier. Ja, nicht nur du. Das sagt die Uhrzeit. Äh! Nein! Nein, ich war da drüben! Passe nicht. Oh, das ist das Spiel. Lass mich hier rein. Nimm das mit! Nee, die Fisch! Nein, ach, doch nicht den Fisch. Ich hab noch keinen Teller. Ach, gib doch ab, Kanta! Na, gib ab. Will keiner, aber gib ab. Ist hier ja nicht eine Suppe fertig, oder was? Ja, weil niemand drüben war. Ich bin gestorben. Tate meiner Dienstpflicht. Unnütz. Reicht mich. Ist recht locker, wir brauchen nur... Okay, wir machen das nochmal. Und genau so machen wir das, jetzt sterben wir noch nicht. Eimi, bleib bitte irgendwie links, oder... Einfach weg bleiben, ich weiß. Nee, nee, ähm, also kannst du gerne aber auf meiner Seite bleiben, mit mir ist mehr zu tun. Äh, okay, wir brauchen... Hier, äh, immer den Kram swampen bei Traffy? Nein, der hat mir das verboten, ich darf das... Traffy verbietet hier swampen? Okay. Oh ja, die drei Dinger reichen, ja. Äh, Möchen, jetzt muss ich leider mal fragen, weil ich die noch nicht lesen konnte. Also den Post, wenn du sagst, ihr, zähle ich dann zum ihr dazu. Können wir erst mal die, die Zwiebeln machen, bevor du hier mit den Pilzen anfängst? Nee, weil dann können wir mit dem Pilz nämlich gleich weitermachen. Geht jetzt nicht mehr noch? Nee, alles da. Alles da. In der Lava. Das kann ich nicht, dann hat alles im Griff. Naja. Stand jetzt auch auf der Liste, okay, dann ist ja gut, wenn ich auch auf der Liste stand. Äh, bitte weiter, ich geb ab. Ja, mach ich. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, was wir noch als nächstes brauchen. Teller. Ja, das auch, aber die gibt's hier gerade nicht. Die wohnen hier gerade nicht. Tomaten. Hab ich schon drüben. Oh, fuck. Ähm, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Bewegen hier. Hä? Ach so. Hast du noch einen Teller geschenkt? Nett. Wieso bin ich? Pilze haben wir aber eigentlich da drüben. War jetzt genug? Wir brauchen einen Pilz. Lag die Tomate da liegen. Warum hast du den Pilz jetzt weggeworfen? Nein, ich kann. Jetzt wirfst doch noch die Tomate weg. Ich würde dich am besten drunter werfen. Danke, Chucky. Dann kann man sich das mal gut durchlesen. Was es mit diesem Uno-Crossover auf sich hat. Nein, einen Pilzler brauche ich. Ach so. Liegt da nicht. Nein! So was darf nicht passieren. Verdammt. Man will keine Suppe machen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Pilz. Oh, Alter. Sehr gut, mal irgendwie. Okay. Okay. Ich hab dir zwei Teller in den Arm. Ne, die liegen da oben. Gib ab, gib ab. Gib einfach deinen Scheiß ab. Mein Scheiß. Scheiß auf Reihenfolge. Scheiß auf Reihenfolge. Gib einfach deinen Unsinn ab. Das reicht locker. Warum ist der für's nicht fertig? Der ist fertig. Aber ich hatte keine Teller. Der fährt ganz schön dicht auf hier, wa? Ja, wirklich. Ah, ist der Chain. Fantastisch. Wie immer, einfach alles abgeben, was da ist. Das reicht schon. Ach, noch mal. Ach, Mann, oh. Hör doch mal mit auf zu niesen. Nein, das würde ich ja gerne, aber es geht. Ich würde jetzt auch Schluss machen, persönlich. Ist es denn schon wieder so weit? Ist es schon wieder so spät? Na, klar. Oh Gott, ist es wirklich schon wieder so spät? Ah, wir haben einiges geschafft. Wir haben wirklich viel geschafft. Ach so, das hier wollt ihr doch sowieso nicht machen, oder? Oh Gott. Ich kann Trabi wieder als Kunstfee spielen. Schneekunstläuferin, okay. Schneekunstläuferin. Aber wir haben wirklich jetzt viel geschafft, ne? Ja, wir haben wirklich. Drei, also zwei Level komplett. Zwei Edeln komplett. Mal gucken, was haben wir erzählt. Mal gucken, was haben wir erzählt. Gar nicht. Mal gucken. Wir können mal Kevin streicheln. Seid gerüßt, Freunde. Es ist offensichtlich, dass ihr nicht bereit wart. Das kennen wir doch schon. Wir werden nie bereit sein. Unsere Zusammenarbeit ist immer mangelhaft. Hallo, süß wie du winkst. Lass mich Kevin streicheln. Kannst hier die Dosen essen. Kevin spielt offensichtlich Karten. Hat ja drei Karten vorne liegen. Richtig permanent, dieses Emote. Auf einer Schnelltaste, ne? Wie begehrt es das noch? Es ist gar nicht so leicht auszulösen. Finde ich. Fluchen. Finde ich viel zu schwer auszulösen. Guck mal. Sir Broccoli. Wie immer Amy einfach eine andere Mütze hat. Madame Karotte. Hier hinten. Komm mal her, hier ist Madame Karotte. Das ist Mister. Das ist Madame Karotte. Did you assume his gender? Äh, her gender? It's. It's gender? Ich lasse mich auf den Thron. Kann ich nicht. Na gut, reicht für heute. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. 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 っちゃ koline. Danke. 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 Danke.